ich bin fertig mit dem Blatt Ey Digga, was hast du heute? Du killst gleich alle Perfekt für einen Digga, du hast bei mir, du hast bei mir dein Ding in der Hand Hab ich gar nicht, Digga Doch, du hast bei mir dieses, äh, viereckige Ätherstelle Waffe Komm, PUSH jetzt, PUSH jetzt, PUSH PUSH Der PUSH Der PUSH Der PUSH Der PUSH, Junge Oh, Fanggranate Wir sind's Wir sind's Wir auf ping Alter, er hat Cookdrohne Waschküche Feindliche Aktivitäten, Bedrohungen, Neue, 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 Neue Feuer einstellen Oh Ich baue Rauch auf H-helf ihm mal hoch Ja Hättest du mit Bo-gefahrgutbehälter sichern Ja, Fland Alter, der Aber hättest du mit dem da den Boden gefladert? Hättest du mit dem gefladert, ich hätte dich umgedracht sicherung des bio gefahrgut behälter abhalten da ist ich wollte hier auch gar nicht schütteln ich wollte das locker ich hab doch hinter dir schon lacht gemacht er fladet auch noch meinen kill fast aus oh mein gott ich hätte echt einen vierfach kill gemacht die gegner sichern den bio gefahrgut behälter sicherung des bio gefahrgut behälter sicherung ja ein erstaunt erstaunt ein gegner verbleibt da waren ja meine fallen deswegen ach du scheiße kann man wirst du mich ja gegner ganz ehrlich wird jetzt jede runde wird 10 sekunden übrig eigener trug wurde eliminiert ach komm wir sind in kurzen angetragen ich muss sie gar nicht für sich machen hihihi reinvolle behälter beschützt was nachladevorgang nicht rum um und reinkommen und reinkommen ach ich habe eine spitze eine schnelle stimmt ich bin ja doch ja jetzt auch billiger wird Hier! Hier! Da ist er! Er kommt! Er kommt! Er scannt! Ja! Ping, ping, ping! Nein! Ey! Verletzungsassist! Der ist verletzt! Magazinwechsel! Ist klar! Digga! Ich hab schon alles mal gesehen! Digga, ja! Ja komm, man! Diese Sledge! 10 AP, ey! Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter! Sofort eingreifen! Ja, nein! Ja, nein! Ich habe die Gegner eliminiert! Ich hab auch Freunde! Du noch nicht mehr wegen der Bedeutung! Äh! Ja, nein!